Der Staat, der ihre Existenz hat gefahren und hat leben. Wir sind auch nicht ein Kindstaat. Der ganze Staat ist die Industrie. Der Staat hat die Existenz in den Städten gegeben. Es war ein Chassidium, die kamen und hat jeden Einzige. Als sie gekommen sind, waren keine Hotels dort. dort nicht gewesen. Nur die Menschen haben weggegeben seine Häme, was zuhört. Und sie sind geschliffen drößen, und als Verdingen das sie gewesen, die Industrie der Gär. Und Gär ist dadurch gegangen ein größer Teich, der größte Teich in Polen, Wissler. Er hat geschrieben, das ist die Wissler. Ich fliege sich Boden dort in die Wissler. Das ist die Wissler. Aber das ist was wir, Hoffe, die ist für mich und nicht ein Schachstum. Und das ist ein Schachstum. Das ist die Wissler.